Hier am Bahnhof Hameln gibt es mal so Debi, eigentlich ist es hier, gibt es mal Trans-Altomaten. Allerdings kann man hier keine so fernvergessige, doch, ja doch, habe ich übersehen. Mal schauen, ob es hier funktioniert, weil es leider nicht so funktioniert. Immer gespannt. Da kann man auch jemanden anrufen, jemanden rufen. Heißbüro, öffentlich Bahnhof Hameln, dann hier ist der Service Partner hier vielleicht mal nach oben fahrt. Oh, ich meine, es sind hier gar keine Debi, ich nehme mal hier ein, Frankfurt. Frankfurt. Ist das so kompensiert mit der neuen Software hier? Aber hier kennt auch keine internationalen Ziele, kennt auch nicht mehr. Hier gibt es die Trans-Altomaten. Frankfurt, Main natürlich. Hauptbahnhof. Ich teste das mal jetzt aus. Hallo, normal, ganz normal eben. 199 Euro. Den hier nehme ich. Den hier. Ich sammle bezahlen. Immer gespannt, ob das auch wirklich hier. In Hannover hieß es ja. Die Osmanen können das ja gar nicht, weil sie eine Zusatzung haben. Und jetzt funktioniert es hier. Super. Wenn denn das funktioniert. dann machen sich das. Und dann geht es ja noch, wenn ich humpbarte. Immer mehr dazu jetzt nach Eatun zu stellt.